Ich möchte Ihnen ein Feature zeigen in Acrobat DC, was noch spannend sein kann, wenn Sie mal Dokumente scannen müssen und darin Änderungen vornehmen sollten. Dazu gehe ich auf Datei, Öffnen und werde unter Einblenden alle Dateien diese JPEG-Datei mir einmal in Acrobat öffnen lassen. Wie man weiss, wenn ich jetzt auf Command F gehe für Find, dann kann ich jetzt mal sagen Marschzeit und danach suchen. Ich werde mit einem Hinweis darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um ein gescanntes Dokument handelt, welches nicht textlich durchsucht werden kann. Ich könnte jetzt mit Ja die OCR-Texterkennung aktivieren. Ich sage mal Nein, schliesse dieses Fenster, denn ich möchte dieses PDF jetzt bearbeiten. Ich gehe dazu in die Ganzseitenansicht und werde hier dieses Werkzeug PDF bearbeiten auswählen. Acrobat erkennt, es ist eine gescannte Seite und es hat eine geringe Auflösung. Die Bearbeitung liefert unter Umständen nicht die besten Ergebnisse. Das heisst also, wenn ich solche PDFs wirklich in guter Qualität bearbeiten möchte, sollte ich hoch aufgelöst einscannen. Ich sage trotzdem mal Ja und nun geht Acrobat hin und hat diese Seite nun textlich so aufbereitet, dass nicht nur der Text hinter dem Bild liegt und ich nun über Find suchen kann. Er findet nun dieses Wort Nein, ich kann auch zum Beispiel hier die Zeit ändern. Was ein bisschen unschön ist, Sie sehen, wenn ich in einem solchen Titel keine 5 vorhanden habe, dieser Fund wird nachgeahmt, also substituiert und ich hatte zuvor eine 6. Dann nimmt er einfach eine Schrift, die ja jetzt in diesem Fall nicht gerade ähnlich ausschaut. Habe ich aber gleiche Buchstaben, die ich ergänzen möchte, dann macht Acrobat das ähnlich, wie was erkannt wurde und nachgeahmt wurde. Also solche Korrekturen können zum Teil gut gelingen, wenn einzelne Zeichen in meiner Zeile oder in meinem Abschnitt vorhanden sind und in meinem Schriftschnitt. Jedoch, wenn etwas wie zum Beispiel ein Ö hier, wenn das in diesem Text nicht vorkommt, dann wird das so dargestellt. Und dann wird das so dargestellt.